Vierte Folge, South Park, Stab der Wahrheit und wir sind kurz vor unserem ersten Quest-Ziel. Okay, also ihn, Craig, kriegen wir schon mal nicht. Das ging jetzt schnell. Schnelle Alter, wartet. Papprolle. Das macht man wohl später bei der Papprolle. Was die immer alle so in der Garage haben. Wahnsinn, oder? Vor allem, dass du so einfach rankommst. Oh, sehr gut. Schade, Timmy kam gar nicht mehr vorbei. Ah, guck mal, die Goth. Die Goth-Kids. Wer wohnt denn hier? Wer ist denn das? Was ist das für ein Kind? Ach so, das ist ja Craig. Nee, Moment, nee, das ist das Nachbarhaus. Wer ist denn das dann? Keine Ahnung. Schon ein paar Häuser geben, wo man die Kinder nicht kennt. Das ist halt so geil, dass es immer die gleichen Häuser sind. Überall auf Terence und Philipp. Immer noch. Ach, das ist das Star Trek-Kind. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Grüß Gott, Mensch. Während ich mit dir überlebt, wirst du mit dir überlebt, es ist illogisch, den Bruch abzunehmen, bis der Kapitän zurückgeht. Der Kapitän ist mein Bob. Ich kann nicht raus, wenn sie nach Hause ist. Aber die Federung hat eine wichtige Mission für dich. Was ist da los? Sie können ja einfach die Universen zusammenwürfen. Vor allem da oben hier im Innenfallke. Was ist das für ein Star Trek-Kind? Furchtbar. Kann das nicht gut heißen. Dafür beklauen wir ihn jetzt mal ordentlich. Klingonenbad. Klingonenbad, ja geil. Und ein Videospiel. Hier. Hier ist wenigstens ein Klingonen-Schiff. Was hat denn der für ein geiles Seil da zu schweben? Alter. Guck mal in den Schrank. Man kann nicht in den Schrank gucken. Geht bei ihm nicht. Probably go when no one has gone before. Hier fehlt uns der Schlüssel. Haben wir eigentlich schon irgendwelche Schlüssel zu irgendwelchen Zimmern bekommen? Ne, wir haben zu der Chaos-Höhle einen Schlüssel. Ja. Wir hatten ein paar Schlüssel schon. Irgendwie zu Cartmans irgendwas. Ich glaube, das haben wir dann schon benutzt. Du musst nächstes Mal die Kacke benutzen irgendwie. Okay, Martin. Wenn du das gerne möchtest, benutze ich beim nächsten Mal die Kacke. Ja. Ich kann sie regelrecht zum Dampfen bringen. Bitte sehr. Keramik-Scherbe. So. Hauptsache alles kaputt war. Natürlich. Oh, da lag was drin. Wir sind das neue Kind hier in der Nachbarschaft. Äh, Kronkork können wir gleich im Vorlauf benutzen. Warte mal, da habe ich was gesehen. Oh. Gut, gell? Oft die anderen das auch hatten und wir haben das bloß immer übersehen. Ne. Man weiß es nicht. Oh, was ist das? Kannst du nicht drauf schießen? Kannst du nicht drauf schießen? Kannst du nichts machen? Was denn das? Sieht aus wie ein Traumfänger oder sowas. Kannst du nichts machen? Kannst du nicht drauf schießen? Kannst du nichts machen? Was denn das? Hier können wir gegen halten. Ja. Okay. Oh. 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 Hier kann man auch wieder was zahlen. LG Drink. Oh. Warte mal. Kann ich da? Nee. Aber in die Polizeistation geht es garantiert auch noch. Ah, jetzt muss ich mal alles mal angucken. Äh. Weiß nicht. Moment. Oh. Hier liegt der Trickholder. Oh, das ist aber auch feindes Land. So, dann zeig mal was du kannst, Christian. Oh, das ist aber keine Klingonen, was hier ist. Bitte, don't ice me, Homie. Der hat 16 Rüstung noch. Der rüsterts? Doch, 16 Rüstung, genau. Der hat gar keine Rüstung. Ist doch geil, wie die alle hier im Handy rumspielen. Ja. Haha, zu lang gebraucht. Verdammt. Oh, Badass haben wir wieder. Wow. You can go home. Oh, Rüstung erhöht. Oh, 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 oh. Ah. Konterhaltung. Gut, den greifen wir mal nicht gleich an. Ah. Hat der gerade dreimal geschlagen? Ja. Oh, Badass von hinüber. Okay, Tarko Wiederbelebung. Äh. Wiederbelebung? Ja. Zack. Das riecht so gut, ich will gleich wieder auf. So, hast du noch einmal, hast du noch genug Mana-Punkte oder Pipi für einen. Hau den Bogenschutz komplett weg. Ah. Ah, zu früh. Ne? Schon warten. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Heil mal, heil uns mal. I got your back, you. Na, der ist aber in Konterhaltung da unten, also lieber den oben weghauen. Ja, ja. I'm good. Da wird's nicht, ob die Konterhaltung noch anhält. Kann man ja sich angucken. Kannst dir ja untersuchen, ob die Konterhaltung noch da ist, dass man ihn besser nicht im Nahkampf angreift. Schwach gegen Feuer. Let's go, asshole. Ja, genau. Konter ist immer noch da. Mh, noch eine Runde. Also lieber mit den Pfeilen beschießen. Dann wieder Scheiße bewerfen. Kannst vergessen. Was? Dann können wir auch wieder Kacke bewerfen. Ah, das war wieder blöd. Ach, das war schafft. Hat das gerade geklappt mit der Verteidigung, oder? Ist auch nicht mal schwierig zu sehen. Und jetzt wird man mit der Kacke. Ich hab's gehört. Was du wieder willst. So. Ist irgendwie geschwächt. Guck. Oh, schwerer Angriff. Aber hat nicht viel gebracht. Nee, ich glaub den kannst du im Nahkampf wieder verheilen. Ah, Mist. Au. Oh, wir sind ausgeschaltet. Oh, das war knapp. Es wird verringert. Es wird hart. Es hat natürlich nur 3 Lebenspunkte. Heilen die Figuren sich nach dem Kampf wieder komplett? Nee, ein bisschen. Freuen wir uns, dass nur ein Stück sich erholt hat. Okay. Das ist ja eher doof. Na guck, siehst du das oben links? Ja. Obwohl, ne. Ah ja, okay zur Hälfte. Puh. Das ist geil, wie die Leute dran vorbeigehen. Ja. Die Kinder spielen da halt nett. So, hier muss der Tricorder irgendwo rumliegen. Beziehungsweise das iPad. Da sind so viele Mädchen da hauen hier. Du bist dumm drauf. Siehst du ihn hier irgendwo? Er meint jetzt von der Kirche, ist ihm noch im Rucksack gefallen. Kann man in die Kirche reingehen? Vielleicht in der Kirche? Schauen wir mal rein in die Kirche. Was ist denn das für ein geiles Ding? Ist er gebeichtet? Da kann man auch nicht rein schaden. Oh. Da kann man leider nichts machen. Dann berauben wir halt einen Pfarrer. Ja, das geht immer. Und dann auch eine CD von Cartman. So, was hat er hier? Hollywood Bart? Warum hat er den? Da war irgendwas mit Level 4 von irgendwas. Aber wo ist denn dann der? Müssen wir mal den Balken hier angucken. Irgendwas, dass der draußen liegt. Dass er den draußen verloren hat. Aber wo denn da? Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier. Ist das irgendein Rätsel? Eigentlich, was macht man mit den Scheinwerfern? Stellen die nochmal um? Ne. Ist vielleicht für später irgendwas? Ja. Schau mal. Ach so, in die Tür kann man gar nicht rein. Ne. Dann nichts wie weg hier. Wir sind ganz schöner Kampfjude. Kannst du nochmal auf die Karte gucken? Oh, die liegen wieder. Fuck. Genau, bei Quests. Was dazu steht. Ja, wir haben die Kinder ja auch nicht getötet. Das war ja unser Punkt. Ja, aber die müssen doch ausgeschaltet sein. Vulkania in der Nähe. Kannst du nochmal kurz die Beschreibung von den Quests anschauen? Richtig. Ne, zurück. Genau da. Suche im Gebiet um die Kirche. Ja. 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 Eigentlich richtig. Muss man irgendwie in den Büschen. Die Straße kommt. Vielleicht zieht das hinten auch noch mit zur Kirche. Das ist ziemlich weit weg. Ja. Wenn jemand was sieht. Laut schreien. Schreibt es in die Kommentare. So nicht. Ich sehe es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es so doll verstecken. Sollen wir die hier nochmal verprügeln? Die hatten es aber nicht dabei, oder? Die hatten es aber nicht dabei, oder? Jetzt kommen die schon wieder. Ja, ja. Stop it. Das war nicht so knapp. Ja, jetzt versuchen wir mal alles zu machen. Ja. Ja. Hey! Oh, der ist aber gut weggegangen. So ein Badass hat auch Fähigkeiten. Aber da geht wieder nur das 2 zusammen. Dann nehme ich mal hier den Hammer der Gerechtigkeit. Wir sind mit dem ersten los. Wir sind mit dem hinteren, mit dem los sind. Der macht so viel Schaden, der mit dem Hammer. Was, nochmal was? Den hinteren weghauen, der macht so viel Schaden. Ja, ja. Ach so. Ah, okay. Scheiße, das haben wir jetzt gerade falsch gemacht. Da muss ich auch nochmal, äh, das Pad drehen. Hahaha. War zwar zu spät, der Konter, aber immerhin. Okay, der hat jetzt seine Konterhaltung. Ah. Ach so. Haben wir schon geblockt jetzt. So, jetzt haut ihn weg. Der geht ja auf den Sack damit. Den da hinten jetzt hier, ne? Ja. Ah, das ist nicht so. Lieber mit dem Angriff. Ja, der hat wieder zu wenig. Jetzt haut ihn einfach weg. Die 5 Lebenspunkte ist auch so weg. Ja, warte mal. Ich mach erstmal die halende Berührung. Und jetzt den Angriff. Sorry about this. Mäh! Oh! Heiliger Bonus-Schaden. Okay, ach so, die war dann so gefährlich? In your face! Off and act! Okay. Mal dreimal anbleiben kann. Oh! Oh! War das jetzt schon erwischt? Verdammt, hab ich noch irgendwas? Ja! Ah, schade, wenn der besser gewesen wäre. So, ihr könnt einfach ganz nochmal angreifen. Der hat nicht mehr viel Lebenspunkte. Das ist doch gut. Uh. Hast du eine reine Geschichte? Okay. Das wird so knapp. Vielleicht lieber mal einen Heiltrank nehmen vorne weg. Oh, ich wollte eigentlich nicht großen nehmen. Warte mal. Kleiner reicht. Kleiner reicht. Für die kleine Heilung zwischendurch. So. Jetzt komm her, du. Au! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man nun welche davon abwehrt oder nicht. Theoretisch kommt ja immer dieser Pling-Pling-Geräusch. Hast du doch die Pfeile. Ja. So, vielleicht kann man jetzt noch mal hinten, wo die rumstanden. Ist aber schon wieder eine Terrence-Figur. Ja, da kriegst du jetzt schon nicht so einen Quatsch. Da hinten jetzt, wenn du in den Garten gehst, ob da vielleicht immer das iPad liegt. Ah. Guck an. Sauber. Ja, ein bisschen komisch gewesen wäre, das hätte es nicht hier irgendwo gewesen wäre. Das können wir doch gleich mal zurückgeben. Können wir die Quest mal erfüllen. Sauber. Bei dieser Sound dann so. Ha, ha. Wenn man rennt, ist man eigentlich auch recht flott. Da war es doch ganz schön ordentlich ruhig. Ist das hier gewesen? Ne, hier. Warte mal, der steht hier irgendwo vor der Tür, oder? Das Kind? Ne, ist drin gewesen, oder? Hier drin? Ist das oben im Zimmer? Ja. Ach ja, stimmt. Das war das Star Trek Kind. Freikordel. Richtig. So. Ja, geil. Woll. So. Cool. Rakete der Verlangsamung. Live long and prosper. Live long and prosper. Live long and prosper. Ja. Die Star Trek Quest geschafft. Und damit auch die Folge beendet. Ja, in der nächsten werden wir mal die Hauptquest erfüllen. Dann gibt es nicht Ärger von Karten. Ja, wir werden mal weiter nach oben in die Stadt gehen. Zum nächsten Hauptziel. Mal gucken, was da so anliegt. Und dann sehen wir euch dann. Macht's gut. Tschau. Tschau.